Hi und willkommen auf meinem Kanal. Bleibt dran! Hi und willkommen Filmfreunde auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und bei Fragen oder Anregungen zu diesem Review einfach in die Kommentare schreiben. Ich stelle euch aus meiner eigenen Sammlung dieses tolle C-Book vor. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich um den Film John Wick 2014-Vision. Warum ich diesen Film ausgewählt habe, weil er mir persönlich sehr gut gefällt und es ein Titel ist, den ich auch öfters anschauen kann, ohne dass es mir langweilig wird. Ein paar Daten zu dem Stil. So, der Vertrieb ist Studio-Kanal, Schauspieler, klar brauchen wir nicht drüber reden, Hauptrolle Keanu Reeves. Dann Afflea Elston, Bridget Morton, dann Bridget Regan, David Patrick Kelly, Dan Winters und und und. Wirklich super Besetzung, Regisseur, Chad Stalewski und David Leach. Produktion in der USA 2014. Eine Kategorie, das ist so ein Action-Thriller. Also wer den noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall reinschauen. Das ist der Burner. Echt der Burner. So, freigegeben ist das Ganze ab 16 Jahren. Sprachen hat es Deutsch, DTS, HD, MA 5.1 und im Englischen genauso. Untertitel nur Deutsch. So, dann haben wir hier eine Spieldauer von 102 Minuten. Und veröffentlicht wurde dieses Stil am 4.6.2015. So, dann wollen wir uns das Ganze mal auch hier anschauen. Ich hoffe, dass das alles so klappt mit der Beleuchtung. Denn momentan, ich habe immer noch Schwierigkeiten, aber ich bin so ein bisschen am Umplanen. So, dann nehmen wir mal hier das super schlechte Backcover oder Infozettel mal raus. So, das ist hier die Vorderseite. Ich hoffe, dass man das so sehen kann. Das ist die Rückseite. Ich öffne das Ganze mal. So sieht das gute Stück aus. Hier habe ich noch ein bisschen Info-Material. So, Spin. Auch hier. So sieht es von innen aus. Auch sehr gut gehalten. Also sehr schön gestaltet, finde ich. Auch super verarbeitet Material. Also im Prinzip wie alle. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Aber auch glänzende Elemente mit eingebaut. Und matt, aber wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Also wirklich ein super tolles Stil. Ich kann es nur empfehlen. Top Film. Einer meiner Favoriten. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch mein Kanal gefallen hat, abonniert mich und den Daumen hoch. Dann sage ich bis die Tage. Ciao, arrivederci, bye bye. Euer Daniele. Euer Daniele. Euer Daniele. Euer Daniele. Euer Daniele.